Michael Schumacher, berühmter ehemaliger Formel-1-Fahrer, ist ein Symbol für Ausdauer und Talent im Sport. Sein Leben ist jedoch nicht nur eine Geschichte von Erfolg und Ruhm, sondern birgt auch große Schwierigkeiten und Herausforderungen, insbesondere wenn es um die Gesundheit seiner Familie geht. Eine der traurigen Geschichten betrifft Schumachers Sohn Mick Schumacher, der derzeit mit einem ernsten Gesundheitsproblem zu kämpfen hat, Myositis der rechten Hand. Mick Schumacher, geboren am 22. März 1999, stieg wie sein Vater mit großer Leidenschaft und unermüdlicher Entschlossenheit in die Welt des Rennsports ein. Schon in jungen Jahren wurde Mick von seinem Vater inspiriert und angeleitet, ein hervorragender Rennfahrer zu werden. Micks Rennkarriere begann ziemlich beeindruckend, mit bemerkenswerten Erfolgen im Jugendrennsport und dann im Profirennsport. Sein Karriereweg verlief jedoch nicht reibungslos und Mick hatte ein ernstes Gesundheitsproblem. Die Myositis des rechten Arms ist eine entzündliche Erkrankung, die die Muskeln betrifft und Schmerzen und eingeschränkte Beweglichkeit verursacht. Für einen Rennfahrer wie Mick Schumacher ist dieser Zustand nicht nur ein gesundheitliches Problem, sondern auch eine große Herausforderung für seine Karriere. Die eingeschränkte Fähigkeit, die rechte Hand zu benutzen, wirkt sich direkt auf die Fähigkeit aus, den Rennwagen zu steuern und notwendige Operationen auf der Strecke durchzuführen. Dies hat eine große Frage über Micks Zukunft in dem Sport, den er liebt, aufgeworfen. Der Schmerz und die Strapazen, die Mick durchmachen musste, waren nicht nur körperlicher, sondern auch geistiger Natur. Ernsthafte Gesundheitsprobleme zu bewältigen und gleichzeitig wettbewerbsfähig zu bleiben und ihre Karriere voranzutreiben, ist keine leichte Herausforderung. Mick war besorgt darüber, nicht mehr auf dem Niveau weiterfahren zu können, das er einst wollte. Gleichzeitig hatte er auch mit Ängsten und Stress zu kämpfen, da er nicht wusste, wann und ob sich sein Zustand verbessern könnte. Die Familie Schumacher, insbesondere Micks Vater Michael Schumacher, verstand die Schwierigkeiten, mit denen sein Sohn konfrontiert war. Michael, der 2013 beim Skifahren einen schweren Unfall erlitten hat, hat nun auch selbst schwere gesundheitliche Probleme. Michaels Gesundheitszustand bereitete zusammen mit dem von Mick nicht nur für Mick persönlich, sondern auch für die Familie Schumacher eine schwierige Zeit. Auch wenn Mick Schumacher vor einer großen Herausforderung steht, gibt er nicht auf. Seine Beharrlichkeit und Entschlossenheit, seinen Gesundheitszustand zu überwinden, waren ein wichtiger Teil seiner Reise. Mick arbeitet weiterhin fleißig mit Ärzten und medizinischem Fachpersonal zusammen, um wirksame Behandlungen zu finden und seine Gesundheit wiederherzustellen. Gleichzeitig erhielt er starke Unterstützung von seiner Familie, seinen Freunden und seinen Fans, was ihm noch mehr Motivation gab, seinen Traum weiter zu verfolgen. Die Geschichte von Mick Schumacher und seiner Myositis in der rechten Hand ist nicht nur ein Beispiel für die Strapazen, denen Sportler ausgesetzt sein können, sondern auch ein Beweis für mentale Stärke und Ausdauer. Mick kämpft nicht nur darum, wieder gesund zu werden, sondern auch darum, zu beweisen, dass wir, ganz gleich wie groß die Herausforderungen auch sein mögen, weiterhin unsere Träume verfolgen und alle Schwierigkeiten überwinden können. Der Sohn des legendären Rennfahrers Michael Schumacher, Mick Schumacher, erregte große Aufmerksamkeit bei der Rennsport-Community und den Fans, als er ankündigte, dass er nächstes Jahr an der Formel 1, F1, teilnehmen wird. Mick ist dafür bekannt, dass er von seinem großartigen Vater Talent und Entschlossenheit geerbt hat und hat sein Interesse und Engagement zum Ausdruck gebracht, sich dem Sport zu widmen. Michael Schumacher, einer der größten Fahrer in der Geschichte der Formel 1, hinterließ mit sieben Weltmeisterschaften und vielen anderen Rekorden ein unauslöschliches Erbe. Obwohl Michael nach einem schweren Skiunfall im Jahr 2013 mit ernsthaften gesundheitlichen Problemen zu kämpfen hatte, bleibt seine Karriere eine große Inspiration für Mick. Mick, der seine Rennkarriere in seiner Jugend begann und auf verschiedenen Rennniveaus herausragende Fähigkeiten unter Beweis stellte, hat wichtige Schritte unternommen, um sich auf der Rennstrecke zu etablieren. Als Mick seine Entscheidung bekannt gab, nächstes Jahr in die Formel 1 einzusteigen, teilte er mit, dass sein Ziel nicht nur darin bestehe, das Erbe seines Vaters fortzuführen, sondern sich auch einen eigenen Namen in diesem Sport aufzubauen. Mick sagte, ich freue mich über diese Gelegenheit und bin entschlossen, mein Bestes zu geben. Ich weiß, dass der Weg, der vor mir liegt, eine Herausforderung sein wird, aber ich bin bereit, hart zu arbeiten und von den Menschen um mich herum zu lernen, um große Erfolge zu erzielen. Mick Schumacher hat in anderen Wettbewerben wie der Formel 2 bemerkenswerte Erfolge erzielt, wo er Exzellenz und Ausdauer bewiesen hat. Der Wechsel in die Formel 1 markiert einen wichtigen Wendepunkt in seiner Karriere und löst bei den Fans große Erwartungen aus. Micks Auftritt auf der F1-Rennstrecke ist nicht nur eine Fortsetzung der Schumacher-Linie, sondern auch eine Gelegenheit für ihn, sein Können und seine Entschlossenheit unter Beweis zu stellen. Mick versteht, dass er, um in der Formel 1 erfolgreich zu sein, ständig streben, lernen und seine Fähigkeiten weiterentwickeln muss. Er ist sich auch der unvermeidlichen Vergleiche mit seinem Vater bewusst, aber das hält ihn nicht davon ab. Vielmehr sieht Mick darin die Motivation, alle Herausforderungen zu meistern und sich im Rennsport einen Namen zu machen. Die Rennsportbranche wartet gespannt darauf, wie sich Mick in der nächsten Saison schlagen wird. Er muss gegen die weltbesten Fahrer antreten und sich einem hohen Druck von Fans und Gegnern stellen. Doch mit sorgfältiger Vorbereitung und starkem Engagement wird Mick Schumacher diese Chance auf keinen Fall ungenutzt lassen. Er hat sich auf eine herausfordernde Reise vorbereitet und verspricht, bei diesem prestigeträchtigsten Turnier beeindruckende Leistungen zu erbringen. Nur ein Jahr später veränderte sich das Leben des berühmten Formel-1-Fahrers Michael Schumacher auf schmerzhafte und unvorhersehbare Weise. Am 29. Dezember 2013 hatte Michael beim Skifahren im Meribel Resort in den französischen Alpen einen schweren Unfall. Beim Skifahren auf steilen Hängen stürzte er und schlug mit dem Kopf auf einen Felsen. Der heftige Aufprall zerschmetterte seinen Helm und beschädigte seinen Kopfschutz schwer. Dieser Unfall führte zu schweren Kopfverletzungen und zwang Michael zu einer Notoperation, um sein Leben zu retten. Die Ärzte taten alles, um ihn am Leben zu halten und seinen Zustand zu stabilisieren. Berichte über seinen Gesundheitszustand nach der Operation wurden jedoch nicht veröffentlicht. Und Schumachers Familie entschied sich dafür, Informationen über seinen Zustand geheim zu halten. Der Schutz von Michaels Privatsphäre hat für seine Familie höchste Priorität. Sie beschlossen, größtmögliche Privatsphäre über seinen Gesundheitszustand zu wahren, die Verbreitung von Informationen einzuschränken und das Eindringen der Medien zu vermeiden. Dieses Schweigen hat zu vielen Spekulationen und Gerüchten über Michaels Zustand geführt, aber seine Familie ist weiterhin entschlossen, die Informationen geheim zu halten. Während der gesamten Zeit hielten Michaels Familie und enge Freunde einen starken Schutzwall um ihn herum aufrecht, nicht nur um seine Privatsphäre zu schützen, sondern auch um sicherzustellen, dass er sich auf die Genesung konzentrieren konnte. Journalisten und die Öffentlichkeit hatten keinen Zugang zu detaillierten Informationen über den Zustand von Michael Schumacher, was bei Fans und der Community ein Gefühl des Mysteriums und der Besorgnis ausgelöst hat. Seine Familie hat sich mit der Unterstützung eines professionellen Ärzteteams darauf konzentriert, ihn in dieser schwierigen Zeit zu pflegen und zu unterstützen, in der Hoffnung, dass Michael sich eines Tages erholen und zu seinem normalen Familienleben zurückkehren kann. Der aktuelle Zustand von Michael Schumacher bleibt für die Öffentlichkeit ein großes Rätsel. Obwohl es keine offiziellen Informationen über seine Genesung gibt, sind die Liebe und Fürsorge seiner Familie und Freunde für ihn immer noch eine große Quelle der Ermutigung. Auch wenn die Zeit vergangen ist, besteht immer noch Hoffnung in den Herzen derer, die Michael Schumacher lieben, in der Hoffnung, dass er wieder gesund wird und zu den Dingen zurückkehren kann, die er liebt. Im Oktober dieses Jahres erreichte der berühmte Mercedes-Fahrer Lewis Hamilton einen denkwürdigen Meilenstein in seiner Rennkarriere, indem er die Gesamtzahl der Siege von Michael Schumacher, einer Legende im Formel-1-Rennsport, egalisierte. Mit seinem 91. Sieg stellte Hamilton den Rekord von Schumacher ein. Viele gelten als unübertroffen. Dies ist ein besonderer Moment nicht nur für Hamilton, sondern auch für die Fans des Sports. Diese Veranstaltung fand in einer emotionalen und feierlichen Atmosphäre statt. Mick Schumacher, Sohn von Michael Schumacher und derzeit ebenfalls vielversprechender Rennfahrer, war anwesend, um diesen historischen Moment mitzuerleben. Zu diesem bedeutsamen Anlass schenkte Mick Lewis Hamilton ein besonderes Geschenk, einen roten Rennhelm, der seinem Vater gehörte. Dies ist nicht nur ein einfaches Geschenk, sondern auch ein Symbol des Erbes und der Würdigung des Vermächtnisses von Michael Schumacher. Dieser rote Helm, einst Michaels prominentes Erkennungszeichen auf der Rennstrecke, ist nun zu einem bedeutungsvollen Geschenk geworden und stellt die Verbindung zwischen zwei Generationen großartiger Rennfahrer dar. Mick Schumacher hat trotz seines jungen Alters großen Respekt vor dem Erbe seines Vaters und vor großartigen Fahrern wie Hamilton gezeigt. Dieses Geschenk ist nicht nur ein Akt der Bewunderung, sondern auch eine Möglichkeit, die Botschaft der Fortführung von Tradition und Sportsgeist in der Familie Schumacher zu vermitteln. Für Lewis Hamilton ist es nicht nur eine große Ehre, den Helm aus den Händen von Michael Schumachers Sohn zu erhalten, sondern auch ein wichtiger Meilenstein in seiner Karriere, der die Verbindung und das Erbe zwischen Renngenerationen unterstreicht. Als Hamilton auf dem Siegespodest stand, wurde Michael Schumachers roter Helm feierlich zur Schau gestellt, um diesen historischen Moment hervorzuheben. Dies ist ein wichtiger Meilenstein in Hamiltons Karriere und eine Anerkennung seines Talents und seines unermüdlichen Engagements für den Rennsport. Ebenso stellt es eine zarte Mischung aus Vergangenheit und Gegenwart zwischen verschiedenen Generationen des Rennsports durch einen bedeutungsvollen und bewegenden Akt dar. Dass Lewis Hamilton diesen Meilenstein erreichte und ein besonderes Geschenk von Mick Schumacher erhielt, war ein denkwürdiger Moment in der Geschichte der Formel 1, der die Bedeutung der Nachfolge hervorhob und das Erbe in diesem Sport würdigte. Die Bilder dieses Moments werden für immer als Symbol der Verbundenheit und des Respekts in der Welt des Rennsports in Erinnerung bleiben, wo Fahrer nicht nur um den Sieg, sondern auch darum kämpfen, das große Erbe früherer Generationen zu bewahren und weiterzuentwickeln. Michael Schumacher, der berühmte Formel-1-Fahrer, hatte vor einem schweren Skiunfall im Jahr 2013 einen sehr detaillierten und sorgfältigen Finanzplan. Drei Jahre vor diesem Vorfall machte Schumacher einen wichtigen Wunsch und teilte sein Vermögen nach seinen Wünschen unter seiner Familie auf. Informationen aus nahestehenden Quellen zufolge hinterließ Schumachers Testament seiner Frau und seinen Kindern ein riesiges Vermögen im Wert von 900 Millionen US-Dollar. Das ist nicht nur eine große Geldsumme, sondern auch ein klarer Beweis für Schumachers Rücksichtnahme und Verantwortungsbewusstsein gegenüber seiner Familie. Dieses Testament war nicht nur ein juristisches Dokument, sondern spiegelte auch Schumachers tiefe Liebe zu seiner Frau Corinna Schumacher und ihren Kindern wider. Die gerechte und vernünftige Vermögensaufteilung zeigt, dass er einen klaren Plan hat, um sicherzustellen, dass seine Familie versorgt ist und sich im Falle unvorhergesehener Umstände keine Sorgen um die Finanzen machen muss. Zu Schumachers Vermögen zählen neben den Erlösen aus seiner erfolgreichen Rennfahrerkarriere auch weitere Vermögenswerte wie Immobilien, Fahrzeuge und andere Finanzanlagen. Mit diesem Testament hinterließ Schumacher seiner Familie ein solides Erbe, das ihr half, ihre Finanzen zu stabilisieren und ihr Leben in schwierigen Zeiten fortzusetzen. Nach Schumachers schwerem Unfall und seiner Unfähigkeit, weiterhin am öffentlichen Leben teilzunehmen, wurde sein Testament zu einem wichtigen Faktor, um der Familie den nötigen Rückhalt zu sichern. Dieses Testament zeugt nicht nur von einer sorgfältigen Vorbereitung, sondern zeigt auch einen Teil der Hingabe und Verantwortung, die Schumacher für die Menschen hatte, die er liebte. Er hat eine militärische Identität zu trennen, führte dazu, dass er sich schwor, nach seiner Entlassung sanfter zu werden und er hielt sich an dieses Gelübde. So entstand die milde, sanftmütige Seele, als die wir ihn alle kennen. Auf dem Luftwaffenstützpunkt Eilson in Alaska war Bob der erste Feldwebel, der für die Klinik zuständig war. Durch seine Erfahrungen in Alaska lernte er zum ersten Mal Schnee und Berge kennen und zog in der Folge die Landschaftsmalerei allen anderen Kunststilen vor. Seine ersten Schritte als Künstler begannen, als er in den frühen 1960er Jahren noch in Alaska stationiert war. Bobs Interesse an der Malerei wurde geweckt, als die Gruppe der United Service Organizations einen Malkurs einrichtete. Obwohl Bob weiterhin malte, weil er es faszinierend fand, entwickelte er bis 1975 keine wirkliche Liebe zur Malerei. Sein Interesse wurde geweckt, nachdem er 1975 eine Folge von The Magic of Oil Painting gesehen hatte, die der deutsche Maler William Alexander von 1975 bis 1982 moderierte. Zu diesem Zeitpunkt war Bob bereits seit 17 Jahren Soldat, als dies geschah. Als ich Alexander zum ersten Mal im Fernsehen sah, wurde ich fast wütend, sagte Bob in einem Interview. Die Tatsache, dass er in wenigen Minuten erreichen konnte, wofür Bob Tage gebraucht hatte, ärgerte ihn. Bob hatte nun die grundlegenden Elemente kennengelernt.